50 Meter über der Spitze des Mount Mugogo erheben sich die Antennen des Rwanda Climate Research Observatory, Afrikas erster Klimaforschungsstation. Rwanda ist extrem anfällig für den Klimawandel. Schon jetzt ist die Temperatur hier in den letzten 50 Jahren um 1,4 Grad gestiegen. Dürreperioden und Starkregen nehmen zu. Für die Bauern an den Hängen des Mount Mugogo eine Katastrophe. Das Wetter spielt verrückt. In Rwanda hatten wir früher immer zur gleichen Zeit Regenzeit. März, April und Mai. Heute regnet es sogar im September. Wir wissen nie, was wir vom Klima zu erwarten haben. Rwanda braucht verlässliche Daten, um sich an den Klimawandel anpassen zu können. Deshalb misst ein Team von Wissenschaftlern erstmals für den gesamten afrikanischen Kontinent, FCKW-Verbindungen und andere Treibhausgase. Der Klimawandel kann nur global gelöst werden und irgendwo wird immer gerade verhandelt. Wer verursacht was und wer wird für was gerade stehen? Normalerweise kommen afrikanische Länder mit leeren Händen zu solchen Verhandlungen. Ohne Daten, ohne Beweise. Unsere Forschung wird ihre Verhandlungsposition verbessern. Das Rwanda Climate Research Observatory ist Teil des weltweit wichtigsten Netzwerks von Klimaforschern, dem Advanced Global Atmospheric Gases Experiment. Jeden Tag überprüfen die Wissenschaftler die eingegangenen Rußwerte. Das Ergebnis? Die derzeitige Luftverschmutzung ist nicht nur dem ruandischen Verkehr und Kochen auf offenem Feuer zuzuschreiben. Viele der Rußpartikel haben einen weiten Weg zurückgelegt. Sie stammen von verheerenden Waldbränden, die tausende Kilometer entfernt in Zentralafrika wüten. Außerdem müssen wegen der feuchten Luft die Geräte ständig gewartet werden. Um zu verstehen, wie sich das globale Klima verändert, müssen auch Wetterphänomene berücksichtigt werden. Deswegen arbeitet das Climate Research Team eng mit Meteorologen zusammen. Das Klimaforschungsprogramm wollte die Treibhausgase untersuchen. Aber die sind von meteorologischen Parametern abhängig. Und dafür muss erst die Luftverschmutzung untersucht werden. Jetzt haben wir ein vollständiges Paket meteorologischer Bedingungen. Erst wenn wir Dinge wie die Regenzeit, die Luftverschmutzung und die Klimawandeldaten zusammenfügen, bekommen wir ein vollständiges Bild. In Ruandas Hauptstadt Kigali testen die Wissenschaftler gerade ein neues Gerät. Die sogenannte Medusa ist eine Maßanfertigung des Massachusetts Institute of Technology. Sie ist in der Lage, selbst winzige Gasmengen aus der Luft zu filtern. Ozonabbauende Substanzen wie FCKW sind nämlich nicht nur sehr klein, ihre Menge ist auch im Gegensatz zu Sauerstoff und Stickstoff verschwindend gering. Die Medusa entfernt die größeren Bestandteile aus der Luft und macht FCKW und andere Treibhausgase messbar. Bald wird das Instrument umziehen. Bald werden wir, um unsere Reichweite auf den ganzen Globus auszuweiten, auf den Gipfel des Karisimbi-Vulkans umziehen. Seine Spitze ist in den Wolken verborgen, aber sie ist 4400 Meter hoch. Fern von Umweltverschmutzung können wir dort die oberen Luftschichten rund um den Globus untersuchen. Dort wird die Medusa dann über 50 verschiedene Treibhausgase aus der Luft filtern.